Hallo verehrte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Zerlecht und ich grüße euch herzlich zu dem neuen Manga Ersan und heute wird es mal ein wenig weihnachtlich und zwar hat Crunchyhold den Manga Thunder endlich veröffentlicht und ich bin ehrlich ich war hier so ein wenig hooked einfach weil es stammt von Paro Itagaki dazu kommen wir auch gleich noch und so viel kann ich von der Frage sagen, mir hat der Manga schon ordentlich Freude bereitet beim Lesen dazu nachher mehr erst mal will ich euch erklären worum es sich in Sander überhaupt dreht damit ihr versteht wie abstrus dieser Manga eigentlich ist im Mittelpunkt steht nämlich der 14-jährige Sander der halt in Japan lebt in dem immer weniger Kinder zu bekommen irgendwie gibt es in ganz Japan nur noch 50.000 Kinder Kinder werden als das heiligste gut angesehen Japan verarmt immer mehr spielt auch in der Zukunft die trotzdem aufgrund der Armut eben jetzt nicht krass hightech mäßig entwickelt ist und immer mehr Kinder haben zum Beispiel auch den Glauben an Santa Claus verloren und eines Tages wird Sander dann so versucht seine Sandas Klassenkameradin Shiori ihn umzubringen denn sie ist der festen Überzeugung dass er der Nachkomme von Santa Claus ist und sie braucht unbedingt Santa Claus Hilfe um in diesem traurigen Japan dem Verschwinden ihrer besten Freundin Iori nachzugehen und Sander hat da eigentlich echt keinen Bock drauf er ist halt eigentlich nur ein ganz normaler 14-jähriger Jungen und plötzlich ist er ein alter Sack von jetzt auf gleich und ja zu den Grundinformationen es stammt eben von Paro Itagaki das ist die Mangaka hinter Beastars und für mich ist Itagaki so eine Mangaka wenn drauf steht Itagaki weißt du okay das wird wahrscheinlich herrlich es erscheint eben im Deutschen beim Crunchyroll Verlag im Taschenbuch Format leider im Englischen ist es zum Beispiel ein Großformat es ist in 16 Bänden beendet was ziemlich lang ist muss ich gestehen also als ich das gelesen habe habe ich also wie willst du das 16 Bänden lang ziehen aber mal abwarten es kostet 9 Euro hat keine Farbseiten was für mich bei dem Preis schon ein wenig vieles 200 Seiten kommen dafür in der Erstauflage einerseits mit so einem ja Glitzer Schnee Cover Veredelung daher was ganz geil aussieht ich ja doch hier sieht man es man sieht es glaube ich auf der Kamera sieht schon geil aus und dazu gibt es in der Erstauflage eine passende Weihnachtskarte die sich tatsächlich auch hochwertig anfühlt und ich bin ehrlich das finde ich irgendwie ganz knuffig als extra weil es passt thematisch wir haben bald Weihnachten ich werde sie natürlich nicht hernehmen aber das ist ausnahmsweise mal ein extra wo ich mir gedacht habe irgendwie geil ich mag es keine Ahnung warum und es ist noch übersetzt von Jürgen Seebeck und nun zu meiner Rezension Best Girl Itagaki ist back in Business mit Sander ich mag ja Beasters schon extrem gern auch wenn ich inzwischen auf die englische Ausgabe gewechselt bin und ich konnte einfach Sander nicht abwarten denn das Ding ist typisch für sie und ich liebe es einfach daran es ist halt so bizar mit dieser Santa Claus Thematik ich meine ihr habt gerade den Plot gehört auch meine Freundin hat sich wahrscheinlich gerade gedacht okay what the fuck oder ich habe nicht zugehört meine Freundin hat nicht zugehört okay aber ja es ist herrlich weird und genau das liebe ich denn es funktioniert bei Itagaki dieser Plot mit oh hey ein 14 Heber wird plötzlich zu Santa Claus und muss irgendwie die Kinder Japans retten und wahrscheinlich auch noch irgendwie die Welt keine Ahnung da kommen halt nur Japaner drauf und vor allem nur eine Itagaki auch von der Umsetzung her ich meine man hat so viele verrückte Charaktere und selbst Background Characters haben so herrliche seltsame Designs aber trotzdem auch so es hat einfach diesen Wiedererkennungswert und diese Welt das kann nur von ihr stammen und ganz ehrlich für mich ist Sander jetzt schon einer meiner Lieblingsinterpretation der ganzen Santa Claus Thematik ich bin ja eigentlich nicht so der Weihnachtstyp vor allem nicht Weihnachtsfilme und allem drum und dran dementsprechend ist da Sander für mich doch eine sehr 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 geile Überraschung und auch abseits von Sander der halt super unterhaltsam ich meine von Babyface zum rüppigen alten Mann ist schon super unterhaltsam vor allem mit den Kräften die er dann plötzlich erwacht weil es halt eigentlich ein Action Manga auch ist das heißt sowieso auch ein Battle Shonen das Santa Claus hier böse Typen mehr oder weniger bekämpfen muss gibt es da halt noch andere Charakter unter anderem Shiori die halt Sander erstmal ein Messer in die Brust gerammt hat und du denkst dir an der Lesung und sagst oh Gott hat die eine Schraube locker bei ihr war glaube ich noch nie eine Schraube fest und ich liebe einfach alles an sie hat so ein herrlich geisteskrankes Design ist ja allerdings oh Gott riesen Red Flag dazu ist sie halt auch noch einer der größten Charaktere mit 1,80 und dann kann sie auch noch zum Beispiel hat sie auch noch ein Talent dafür Bomben zu bauen ist gewillt Bomben einzusetzen und allem drum und dran und wirklich bei ihr fehlt gefühlt jegliche Logik ob das macht das auf so einen Patch dann gibt es noch einen anderen Charakter später den fand ich bislang nur ganz okay das Highlight sind halt Sander und Shiori ganz klar aber ich ach ohne jetzt Shiori ich mag sie echt gern und dazu Itagaki präsentiert die Geschichte halt in ihrem wirklich besonderen Artstyle weil ich meine Itagaki ist einer dieser Mangaka deren Stil du einfach sofort wieder erkennst egal was es ist also wirklich du kannst du jede Seite aufschlagen du weißt sofort Itagaki wirklich sofort das ist Shiori um Itagaki an und das macht das so geil und trotzdem muss ich sagen was Sander so ein wenig zurückhält das ist aber auch für mich ein bisschen typisch für Itagaki dass das Paneling ein wenig chaotisch ist und für meinen Geschmackschneid vielleicht ein wenig zu viel Text aber trotzdem einfach es ist einfach geil für mich dementsprechend ist auch mein Fazit so Sander Santa Claus is coming to town wie hinten drauf steht genau das will ich von einem Manga dieses herrlich bescheuerte wo nur Japan drauf kommen kann aber es ist so bescheuert dass du es trotzdem aber ernst nehmen kannst ich liebe es einfach und für mich kriegt der erste Band eindeutig eine sehr sehr gute 8 von 10 ich habe jetzt schon Bock auf den zweiten Band und würde jedem sagen falls ihr Lust habt auf einen etwas anderen Manga schaut unbedingt hier vorbei und ja so viel dazu habt ihr Sander gelesen wenn ja wie fand ich es schreibt es ja gerne unten in die Kommentare zomaßen es hat halt die typischen Crunchyroll Probleme halt mit dem relativ hohen Preis und vor dem Nachnamen Tausch wobei sie inzwischen japanische Spitznamen beibehalten also sie bessern sich irgendwie bevor ich das noch vergesse zu erwähnen und ja vielen Dank fürs zu sehen über ein Abo würde ich mich sehr freuen und ciao